Meine Damen und Herren, liebe Freunde, heute möchte ich Sie gerne über einen Sachverhalt abseits des Corona-Irrsinns informieren. Das klingt erstmal positiv, ist es aber leider nicht. Entschuldigung. Einige haben die Meldung am Rande vielleicht wahrgenommen. In Teilen Europas gab es einen massiven Stromausfall. Fast wäre es zu einem europaweiten Blackout gekommen. Das heißt, ganz Europa ohne Strom. So was kann wirklich passieren, fragen Sie sich? Tatsächlich kann es das, ja. Das Stromnetz in Europa ist in einem Verbundnetz organisiert, hängt also über Landesgrenzen hinweg zusammen. Bereits bei minimalen Abweichungen im Frequenzbereich muss schnell reagiert werden. Dieses Mal war die Störung aber so massiv, dass Teile Europas in ein zweites Netz abgeschnitten werden mussten. Also in den sogenannten Inselbetrieb versetzt wurden. Wo ist das Problem? Unsere Stromnetze brauchen Stabilität. Mit konventionellen Energieträgern ist es keine große Sache, ein stabiles Stromnetz zu betreiben. Man kann sie regulieren. Sie sind grundlastfähig. Aber die Regierungen tragen zum Gegenteil bei. Mit Windrädern und Photovoltaikanlagen destabilisieren sie die Stromnetze des gesamten Kontinents. Experten warnen derweil, in den nächsten fünf Jahren wird der Blackout kommen. Erwarten Sie keine Einsicht bei Söder und Merkel. Wählen Sie die Altparteien, dann wählen Sie den kommenden Blackout und Stromrationierungen. Aus dem Bayerischen Landtag, Ihr und Euer Ingo Hahn. Aus dem Bayerischen Landtag, Ihr und Euer Ingo.